Dramatische Stunden in der Nacht zu Donnerstag in diesem Krankenhaus, rund 200 Kilometer östlich von Bratislava in der Slowakei. Doch offiziellen Angaben zufolge soll der slowakische Ministerpräsident Robert Vizzo nach einer Notoperation infolge des Attentats inzwischen außer Lebensgefahr sein. Medienberichten zufolge befinde sich Vizzo nach einer mehrstündigen Operation in einem stabilen Zustand. Nach einem Angriff mit einer Schusswaffe am Mittwoch befand sich Vizzo zunächst in einem kritischen Zustand und wurde am Abend operiert. Verteidigungsminister Robert Kalinac hatte wenige Stunden zuvor erklärt, Vizzo's Zustand sei außerordentlich ernst. Der Angreifer soll fünf Schüsse abgegeben haben, eine Kugel sei durch Vizzo's Magen gedrungen und eine zweite habe ein Gelenk getroffen. Der mutmaßliche 71-jährige Täter konnte unmittelbar nach den Schüssen überwältigt werden. Bestätigte Angaben zum Täter und dem Motiv lagen zunächst nicht vor. Man vermutet zurzeit jedoch ein politisches Motiv. Vielen Dank.